Hallo zusammen, hallo meine Kaffeproptik-Community und ich begrüße auch die Hobby-Generäle unter euch zu einer neuen Folge XCOM 2 Long Warp The Jaws. Da das hier in diesem Gameplay die erste Aufnahme vom neuen Jahr ist, wünsche ich euch hier auch an dieser Stelle ein gesundes neues Jahr 2024 und das, was ich euch wünsche, ist, glaube ich, durch nichts zu ersetzen und zwar sehr, sehr viel Gesundheit. Bitte bleibt dieses Jahr gesund. So, was machen wir heute? Die erste Region haben wir komplett durch, haben wir geschafft. Wir gehen in die zweite, aber bevor es soweit ist, holen wir uns endlich, schaut mal ganz oben auf der rechten Seite, ich fahre da mal mit dem Mauskörser drauf, sehen wir gerade Einnahmen plus 0 und das werden wir heute ändern. Wir gehen rein ins Hauptquartier Widerstandsverwaltung und zwar haben wir ja hier jetzt Adventstärke befreit und zwar klicken wir dort rein und jetzt können wir alle auf Versorgung stellen und ich würde nicht alle auf Versorgung stellen, sondern ich würde es tatsächlich so machen, dass wir hier, wir können ja nur 13, ich würde dann einige hier auf Rekrutierung stellen. Warum? Dass wir trotzdem noch den einen oder anderen Soldaten mitbekommen, aber trotzdem richtig, richtig viel Geld jetzt endlich mal abhasseln dürfen. So, da würde ich sagen, vier auf Rekrutieren und neun auf Versorgung. Ich hoffe mal, dass es passt. Zwei sind noch versteckt, also alles gut. So, dann gehen wir wieder raus und für uns heißt es heute weiter. Übrigens, ihr seht, die Freundschaften, die möchten immer, immer mehr, also die haben richtig Bock zusammen zu trainieren, eine schöne Zeit zu verbringen. Wir sollten auch dafür sorgen, dass wir jetzt mit als nächstes für die Vorräte und wenn wir genügend Energie zur Verfügung haben, würde ich sogar sagen, wir bauen uns ein Trainingszentrum. Was kostet der Spaß? Schauen wir uns gerade mal an. Hier, ne, nicht genügend Energie kostet drei Energie und dann hätten wir hier das Trainingszentrum. Wormöglich, das sind Soldaten, stärkere Bindungen aufzubauen und zusätzliche taktische Fähigkeiten zu erwerben. Das ist unser nächstes Ziel. Ich würde dann sagen, wir gehen raus. Jetzt gehen wir erstmal rein in den Testbereich und da haben wir ja auch noch, da kann man ja den MagFoundry, das heißt, Unlock the Ability to Create MagTroopers, das müssen wir auch mal noch machen, kostet 40 Vorräte. Wir werden es mal verbessern. Ja, dann gehen wir nochmal raus, dann gehen wir mal rein und jetzt können wir hier, naja, jetzt können wir hier unsere Soldaten, die können wir jetzt abstellen und die können wir jetzt zu MagS werden lassen. Also, ich sag mal, ich würde gerne hier dann so einen Arsonist, da können wir, glaube ich, auch einen Verletzten mitnehmen. Das kostet 70 Vorräte und ein Elerium Kern und 6 kristallisiertes Melt. Ich weiß nicht, ob wir 6 kristallisiertes Melt haben. Wir haben. Und das ist das sogenannte Increase a number of times. Canister can be activated. Mag Augmention specializing. Äh, ja. Okay, machen wir das. Als nächstes gucken wir mal, hätten wir denn noch einen anderen. Pharmagist zum Beispiel. Hier hätten wir noch einen Survivalisten. Hier hätten wir noch, ne, die Keeper, die lassen wir so. Äh, einen Hopelight, unseren Tank. Könnten wir zumindestens auch nehmen. Äh, der kann sich aber relativ schnell bewegen. Ja, also der Hopelight, der ist schon krass. Ja, der ist schon echt krass. Jetzt überlege ich gerade. Könnten wir irgendeinen anderen, könnten wir irgendeinen anderen noch abstellen. Ja, Arsonist halt, aber... Was hat der? Das ist wieder der Expanded Canister. Das ist nix. Nix gefällt mir nicht. Egal. Egal. Dann warten wir mal. So, dann gucken wir mal, was wir alles so bauen dürfen. Guckt mal bitte. Hier kann man den Bolzennerven, den Schattenhüter, eine Frostbombe bauen. Und ich würde dann mal gerne, ähm, anfangen, diese einzigartigen Waffen zu bauen. Denkt bitte dran, die gibt es nur einmal im Spiel. Hier könnten wir dann, ne, hier könnten wir dann noch die, die Heads bauen, Legs, Arms. Also ich sag mal, gerade mit Legs, da könnte man die Leute dementsprechend verstärken, sodass die schneller rennen können. Klingt gut, Commander. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Sehr gut. Denkt bitte dran, ähm, denkt bitte dran, diese kostet, ich glaube, das kostet Willenskraft. Ich glaube, das kostet Willenskraft. Hier hat man dann die Gefahrgutwäste, die Gefahrgutwäste erhöht die Trefferpunkte und gewährt Immunität gegen Feuersäure und Gift. Das ist zum Beispiel für unsere Nahkämpfer richtig gut. Da würde ich gerne einen mitnehmen. Hier gibt es dann die sogenannten Ratscreen-Beschosse. Die wurden dafür entworfen, zusätzlichen Schaden in der Computer-Hardwärmechanische Einheit zu verursachen und sie anfälliger für unsere Heckangriffe zu machen. Brauchen wir einen Drohnenfrag, fünf Vorräte, einen Kern. Nehmen wir mit. Das möchte ich auch gerne machen. Und dann schauen wir mal, das war der Schattenhüter zum Beispiel, der hat eine einzigartige Fähigkeit. Wenn Soldaten ihr Ziel treffen, besteht die Möglichkeit, dass sie wieder unentdeckt entkommen. Das heißt, sie gleiten in einer Art Schatteneffekt über und werden erstmal für die anderen Truppen nicht mehr gesehen. Das ist richtig geil. Hier steht es. Aber sie ist bemerkenswert präzise und sorgt dafür, dass selbst unsere weniger erfahrenen Soldaten ihr Ziel treffen. Außerdem besteht die Chance, dass sie das Ziel töten und unentdeckt entkommen können. Die Waffe ist einzigartig. Wisst ihr Bescheid. 35 Vorräte. Das nehmen wir mit. Eben zu den Kreuzelmerfer und auch gerne endlich mal die Fortgruppe. Und jetzt seht ihr mal, was wir hier noch alles entdecken dürfen. Wir brauchen auch noch mindestens mal einen Wissenschaftlermillionen. Gibt es dann die Gasgranaten, die Bitterfrostgranaten, Säuregranaten. Also richtig, richtig geile Sachen. Wir können es aber alles noch nicht herstellen, weil wir haben eigentlich die Mittel noch nicht dazu. Aber wir gehen raus. Und dann schauen wir uns zumindest erstmal hier das Feuergefecht an. Vorratslieferung in neun Tagen. Das ist richtig gut. Wir haben das Gebiet noch nicht vollständig gescannt. Welches bitte? Ach hier, Feuergefecht. Alles gut. Micro-Rounds hergestellt. Also, load more into a single magazine increases magazine size by two. Also wenn man diese Compact-Rounds, also die Micro-Rounds bei uns in das Magazin reinstopft. Und wenn das Magazin-Volumen, Winner-Deffekt-Weapons, Default-Magazin size of less than three. Das heißt, wenn wir diese Micro-Rounds bei uns in das Magazin reinstopfen und wir haben in dem Magazin schon drei Schuss, bekommen wir durch diese Micro-Rounds nochmal zwei Schuss dazu. Einfach so. Richtig geil. Gut, Feuergefecht. So, drückt man die Daumen. Sauber. Und wir haben Carbillus Sam Davis Survivalist. Geil. Ein Sniper. Der Boden in der Nähe war von Patronenhützen übersät und von Energiewaffen versenkt. Bei der Untersuchung des scheinbar verlassenen Gebietsnäherde sich ein einzelner Veteran unseren Trupp und Boot uns Bergungsgüter zum Tausch an. Er war noch, es war noch wenig Überzeugungsarbeit nötig, um ihm in unseren, einen der unseren zu machen. Sehr schön. So, schnell nochmal zum Schwarzmarkt. Ich muss nur mal gucken, was es da noch gibt und dann gehen wir gleich die nächste Region an. So, passt mal auf. Hier gibt es noch einen Wissenschaftler. Für 110. Die kosten halt richtig viel, ne? Aber es gibt hier einen Schützen. Und den nehmen wir uns mit. Bam. Geil. Super. Was haben wir noch an Vorräten? 3,20. Ah, das... 110 Vorräte. Schreibt mal mal bitte in die Kommentare. Ist das wert, sich diesen Wissenschaftler für diesen massiven Vorrat zu kaufen oder nicht? Was denkt ihr drüber? Gerne, gerne in die Kommentare. So, hier haben wir, ne? Die Cybernetic Lex. Sehr schön. Und dann gehen wir rein in das, ne? In das vierte. Und dann werden wir mal schauen, was es heute so Schönes da gibt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also. Um das geht's. Und wir haben statt das erste neue Ziel. Sechs Tage, fünf Stunden sabotieren das Advent-Monument. Aufmerksamkeit von Advent erlang. Warum müssen wir die Aufmerksamkeit erlangen? Und die haben hier den Buff-Feuererwiderung. Fehlschüsse auf Advent-Offiziere und Priester lösen Erwiderungsfeuer aus. Erwiderungsfeuer ist, die schießen dann einfach einmal zurück. Mit ihren Waffen, glaube ich. Oder mit ihren Side-Weapons. Ich kann es euch gar nicht sagen. So, dann machen wir mal den Trupp komplett löschen. Wir haben fünf Tage, 18 Stunden insgesamt. Also Einsatz läuft ab in 6,5. Sehr gering. Okay, mit 75 Verbesserungen kommen wir auf 3,6. Also bin ich mal gespannt. Es gibt auch 26 Informationen dazu. Das ist kein Thema. Also gehen wir mal rein. Wir müssen ein Advent-Monument sprengen. Das heißt, diese Operation wird danach gleich abgeschlossen. Gehen wir rein. Einmal den Sniper, bitte. Als nächstes. Ja, komm. Nehmen wir die zwei mal zusammen. Ich sag mal den Krabbers und seine Tochter. Das ist gut. In Heavy vielleicht noch mitnehmen. Dann würde ich sagen, gerne noch einen Aufklärer. Und dann ist das, glaube ich, auch schon fast rum. Eine Fähigkeit Ausrüstung-Modifikator. Gebt nochmal fünf Stunden dazu. Und jetzt wird es dann schon etwas enger. Oh, der ist noch müde. Der ist noch müde. Den nehmen wir nicht mit. Dann nehmen wir den Sturmsoldat mit. Hat vier Tage, 18. Und jetzt sollten wir noch einen mitnehmen. Und dann war es das. Und dann war es das. Vielleicht noch einen etwas weiter unten. Guckt mal, wie wäre es denn mit dem Survivalisten? Oder mit dem Schützen? Hier, schaut mal. Fünf Tage, 21 Stunden. Bis zu 105 Prozent. Den nehmen wir mit. Der ist noch gar nicht ausgerüstet. Das ist kein Problem. So, dann werden wir es mal machen. Das ist ja ein Messerkämpfer. Gerne einen Schadenspunkt mehr. Gehen wir rein. Als zweites Abriegelung. 15 Prozent Trefferschance gegen Feinde, die sich während der Unterdrückung bewegen. Formidabel. Zusätzliche Polsterschichten. Zwei Bonuspunkte Applativpanzerung. Sehr, sehr geil. Oder Ausräuchern. Spezialschonung. Einen Malus auf Verteidigung und Ausweichen verursacht und es bei einem Treffer zum Positionswechsel zwingen. Gehen wir rein. Nehmen wir. So, was hast du noch am Start, meine Liebe? Na ja, ganz normale Rüstung, ne? Pistole könnten wir zunehmen mal. Ja, einen Healer hätten wir ja gebaut. Gibt nochmal ein paar Punkte mehr Zielsicherheit dazu. Hier sind die Micro Rounds, ne? Das ist das, was ich gesagt hatte. Magazingröße wird um zwei erhöht. Ohne Mobilität, klar, schränkt sich um eins ein, aber ich kann halt nochmal heftiger austeilen, weil die hat wesentlich mehr Munition am Start. Da ist immer noch der Bug mit der Keramikrüstung, ne? Schaut mal, da ist immer noch dieser Bug drin. Unglaublich. So, das war's. Und dann würde ich sagen, entweder eine AP oder eine Splitty. Okay. Was nehmen wir? AP oder Splitter? Ich würde sagen, wir gehen rein mit einer Splitter, ne? Kanone. Könnten wir noch tauschen zu einer Laserweapon. Dann werde ich schon mal besser aufgestellt. Okay, du hättest... Oha, du hättest auch eine Laserkanone am Start. Okay. Ich hätte noch ein einfaches Gewehr. Auch, das ist eine Pampi. Was kostet... Moment, ich will mir nochmal gucken, was... Was eine Pump kostet. Laserimpin. Eine Laserkanone kostet 25. Das geht eigentlich, ne? Und relativ gut Sperre-Heroe-Gun. Hier ist der Streusstrahler. Der kostet auch 25. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen... Das ist das normale Lasergewehr. Dann würde ich sagen, das Ding nehmen wir auch mit. Oder was meinen die? Vom Lasergewehr gehen wir rein. Dann würde ich sagen, du... Einmal wechseln. Drei Lasergewehre hätte ich jetzt am Start. Geil. Zack. Und unser lieber Krabbers... Der nimmt jetzt auch ein Lasergewehr mit. Ich würde jetzt sagen, wir werden das absockeln. Das fortschrittliche Laserbesier. So, dann hat deine Kanone ausgedient. Und dann würde ich sagen, du bekommst jetzt Versteigerung. Rein. Lasergewehr. Und los geht's. Waffenverpessung. Machen wir wieder den 12er drauf. 15. Überragend. Boah. 12. Ne, wir lassen das. 12 muss reichen. 15 würde ich dann eher vor einem Sniper oder so. Das war's. 104%. Die Truppe ist bestens ausgerüstet. Ich würde sagen... Gut, es ist kein Heiler dabei. Das muss ich zugeben. Es ist hier kein Heiler dabei. Aber ich hoffe mal, bei sehr geringen 10 bis 12, das kriegen wir in den Sabotierer. Das wird mal im Moment... Los geht's. Skyranger. Man ist bereit für Einsatz. Das ist halt die... Wir sind siegreich. Geil. Und unsere Sache schreitet voran. Das ist halt die... Das ist halt jetzt die erste Folge nach dem erfolgreichen Einnehmen dieser, ich sag mal, dieses Hauptquartiers. Das ist halt jetzt so, dass wir erstmal ein bisschen scannen müssen. Dass wir uns halt mal wieder erstmal die Missionen kennenlernen. Das ist halt nochmal so. Ich hoffe vielleicht, dass wir zwischendurch ein bisschen was machen können. So was Kleines oder irgendwas fertigstellen können. Aber es gibt, glaube ich, heute keine Action. Es gibt, glaube ich, heute keine Action. Okay. Was wir aber alles machen können, sind die ganzen Sachen hier. Guckt mal. Also neu. Jagd auf die Auserbeten-Attentäterin. Teil 1. Hier hätten wir dann schon Teil 2. Wir haben aber noch keinen Oberfeldwebe Plus. Das heißt, wir können maximal hier reingehen und können uns hier den Teil 1. Oder hier gibt es noch einen Ingenieur rekrutieren. Ich würde jetzt eher das machen. Da würde ich jetzt eher reingehen. Gibt es ein Fade Baby Plus. Fortis Magie. Ah, Gedankenkontrolle. Soul Game. Ja. Da gehen wir rein. Und wir nehmen auch wieder. Ah, das ist halt die Psi-Bombe am Start, ne? Dueller Magie. Risiken hinterhalb 23%. Das ist extremst viel. Aber wir machen das. Wir gehen rein. Ich will das wissen. Weil es gibt für uns wieder neue Fraktionsbefehle. Wieder einige Boni. Gerne. Der Befehl ist eindeutig und wir werden ihn ausführen. So, dann gucken wir uns nochmal den Survivalist an. Ich würde sogar sagen, dass wir bei dem Survivalist auch die ähnliche Strategie fahren wie bei unserem ersten. Train Sniper Double or Nothing. In the Both Barrels and Pump Action Abilities. Is it equipped or secondary? Okay. Was ist Double or Nothing? Let's fire a double damage saw of shot. Ach so. Okay, alles klar. Also unsere Sidewaffe, unsere Sidewaffe, die doppelläufige Shotgun, die können wir dann mit einem Mal abfeuern. Nicht pro Schuss, sondern alle beide mit einem Mal richtig Schaden machen. Watch for all. Three Overwatch shots. Geil. Den nehmen wir. Feuer eröffnen. Führungskampfangriffe erhalten. Zehn Zielgenauigkeit und zehn kritische Trefferchance gegen Ziele mit vollem Leben. Sehr geil. Schlachtfeldbewusstsein. Wenn nun einer Runde ein Geertes ist, befindet sich der nächste gegen dich gerichtete Angriff in der Feindrunde. Nach dem Auslehrer. Also das ist ein Sniper. Also wenn, dann würde ich sogar sagen, der bleibt hinter den feindlichen Linien, beziehungsweise hinter der Front. So im Mittel, beziehungsweise im mittleren Bereich, beziehungsweise schon im sehr, sehr weit, der Bereich ist schon sehr, sehr weit weg. Aber es ist ja perfekt für die Sniper. Gewähr 20% Zielgenauigkeit verzögert den Schuss jedoch, bis das Ziel in seiner Runde eine Aktion ausführt. Verfolge das Ziel. Ja, markt der Target. Das kennen wir schon. Kostet zwei Aktionen und hat eine Abflinkzeit von keiner Runde. Aber wie gesagt, das ist ähnlich wie Waffe stabilisieren. Das heißt, in einer Runde stabilisierst du, dann greift der Gegner oder macht irgendwas der Gegner. Und dann kannst du erst draufhalten. Aber bedenkt bitte, der braucht zu diesem Ziel freie Sicht. Das ist ein Problem. So, Schlachtfeldbewusstsein. Ja, oder halt 10. Ne, wir machen das Feuer. Auf jeden Fall. So, dann hätten wir den eigentlich auch schon schön ausgestattet. Und dann machen wir einfach weiter. Das ist halt heute leider so. Wir müssen halt erst mal die nächsten zwei, drei Operationen wieder scannen, annehmen, fertig machen. Und guckt mal hier unten die Einnahmen. Die tröpfeln langsam rein. Gefällt mir richtig gut. Und zur nächsten Vorratslieferung hätten wir eine Chance, dass wir 109 Einnahmen rausbekommen. Sehr geil. Und der nächste Einsatz. Ein Tag, 23 Stunden hacket den Computer. des Widerstands. Edwin Militärforschung verhindern. Schaut euch das an. Dauerhaften Nahkämpfer gewährt Edwin Betäubungslanzenträgern die Fähigkeit Nahkämpfer. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, die Aliens daran zu hindern, ein militärisches Forschungsprojekt abzuschließen. Das ist schön. In einem Tag, 23 Stunden können wir maximal, ecke den geheimen Computer des Widerstands. Die müssen wir löschen. Also, entweder gehen wir hier voll rein. Entweder gehen wir hier tatsächlich voll rein. Also komplett füllen. Können wir maximal mäßig bis stark. Da hätten wir aber schon ein paar Leute am Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Leute hätten wir da am Start. Und da hätten wir bis zu 24 Leute auf der Karte. Das wird eine sehr, sehr herbe Mission. Oder wir machen es ganz einfach. Das Druck löschen. Bei der Mission will ich machen. Und dann gehen wir zum Beispiel rein mit dem Agent. Der hat hier 10 bis 12. Und dann müssen wir mit noch jemandem reingehen. Also entweder, ähm, Pharmagist, Escanic, Magie. Wie zum Beispiel. Er hat noch die Psi-Bombe am Start. Und dann hättest du schon 13 bis 15. Das heißt, du musst echt aufpassen, wo du hier hinläufst. Wisst ihr, was ich meine? Der Agent könnte gut hacken. Wobei ich jetzt sage, nee, das bringt nichts. Wir brauchen einen mit einer Drohne. Dann würde ich eher sagen, guck mal. Ach, der ist müde. Mist. Ah, hätte ich jetzt den Krabbers gebraucht, ne? So einen mit einer Drohne wäre ja richtig, richtig geil gewesen. Überlege ich, wer Technikerschütze. Hätten wir sonst noch einen am Start? Besser das Problem ist, unser Dragoon. Der wäre dann verletzt. Für ein paar Tage. Wenn wir den jetzt hier einsetzen. Wir brauchen unbedingt noch so eine Klasse. Wir brauchen unbedingt noch so einen Hacker. Oder unbedingt noch einen Spezialisten wie ein Krabbers zum Beispiel. Das wäre geil. Aber mit dem Agent, du kommst ja mit dem Agent, du kommst ja nicht rein. Das kannst du vergessen. Okay, Dragoon. Wär das zu 83% wäre gering. Wenn wir ihm jetzt ausrüstungsmäßig... ...kostet halt Wille, ne? Ihr seht's da oben. Willenskraftzeig, der ist halt müde. Kostet halt nochmal 5 Punkte wenig. Der Movement Speed. On Activation, get an additional action point. They can spend on movement. Sehr, sehr geil. Der Downside ist dem... Ach so, okay. Wenn du voll ausgerüstet bist mit DSX Magina, bekommst du Immunität gegen Feuerexplosionen, Gift und Säure. Und jeder einkommender Schaden wird um 33% reduziert. Der Nachteil... Du fällst in einen sogenannten Berserker-Modus. Habt ihr das gelesen? Berserker-Modus, wenn du verletzt wirst. Mental instability associated with replacing all body parts and system mechanics. Wow. Dragoon, du bist halt mental instabil, wenn du die Dinge halt ausrüstest, ne? Aber ich sehe jetzt keinen Mobilitätsschub. Ich sehe einfach keinen. Mist, ne? Und dann wird der noch müder. Shit. Okay, passt auf. Persönliche Kampfsimulation. Haben wir noch... Haben wir noch Movement. Trefferpunkte, Hacken, Mobilität. PKS Geschwindigkeit plus 1. Ja, immerhin. Das ist plus 1. Plus 5 Hacken. Das braucht erstmal kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Geschwindigkeit. Ja. Brauchen wir. 14 minus 2. Dann kann da 12 laufen. Ja. Und eine schwere Waffe. Nee, ist nicht verfügbar. Alles gut. 17 und 14. Das ist unsere einzige Chance, ne? Und wir müssen das sogar noch boosten. Wir müssen es sogar noch verbessern. Hacke den geheimen Computer des Widerstands. Ich bin gespannt, ob wir das überhaupt schaffen. Runden bis zum Missionsziel. Das ist ja das Doppelte von uns. Ich würde sagen... Ich würde sagen, macht euch auf was gefasst. Die haben wir nur mit wegen dem Minapsie-Bombe, ne? Ich würde sagen, hoch damit und raus mit ihm. Los geht's. Skyranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. In einem Tag, 23 Stunden. Ihr wisst Bescheid, dass das unsere erste Operation wird. Aber das ist dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich würde jetzt trotzdem noch diese zwei Tage scannen. Dann würde ich mit euch erst einmal die Umgebung anschauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge komplett rein und schauen uns Workstation-Hacken an. Okay, machen wir das so. Wir scannen weiter. Noch ein neues Ziel in Aussicht. 7 Tage 10. Hacke die Workstation in der Advent-Anlage. Einen Hinweis finden. 35 Infos und noch ein Informationspaket. Da müssen wir jetzt tatsächlich den Agenten mit reinschicken. Weil wir wissen, wie da was hacken. Und wir haben jetzt langsam so keinen Hacker mehr am Start. Also muss der Agent mit rein. Und dann geben wir ihm ein kleines bisschen Unterstützung mit an die Hand. Oder was meinen die? Wie wäre es mit dem Scharmützler? Relativ gute Zielsicherheiten oder Trefferwerte. Ich würde jetzt sogar noch sagen, der Scharmützler bekommt hier noch eine Granate an den Start. Weil der ist hier so granatenmäßig richtig total gut unterwegs. Du hast das Kurzgewehr, aber als Laser-Variante schon am Start. Sehr geil. Wie wäre es denn, wenn wir dieses Gewehr noch mit einem bisschen Zielsicherheit versehen? War besser denn nicht Reflex? Um 10? Gerne. Nehmen wir. So, nächster. War Magist. Einer zum Heil. Jawohl. Brett. Holiday. Gardner. Gerne. Gehen wir rein. Oh Gott. Oh, ja. Super. Das mag ich. Das liebe ich. Unsere Survivalisten nehmen wir hier das erste Mal mit. Kannst du... Geht das bei dir? Geht bei dir. 25% Grid als Grundwert. Das ist echt übel. Blender. Noch eine gute Rüstung am Start. Und dann würde ich sagen, noch eine AP. Wenn alle Stricke reißen, dass er sich zumindest ein kleines bisschen wehren kann. Was haben wir noch am Start? Keeper. Unsere Denmaber. Komm, die nehmen wir auch mit. Ich weiß jetzt nicht, wie gut dieses Marksman ist. Ich weiß jetzt nicht, wie gut dieses Gewehr ist. Kann ich jetzt beim besten Willen nicht sagen. Aber das Ding macht 5 bis 7 Schaden. Hat allerdings nur einen kritischen Schadenbonus von 1. Ist aber nicht schlimm. Dann für sie eine Splitty. Sie nimmt noch Keram-Rüstung mit. Und sie nimmt danach einfach nur eine Blender mit. Das Geniale ist ja, sie hat ja glaube ich auch den Enderhaken am Start. Ist eine sensationelle Fähigkeit. Techniker ist leider müde. Rangers müde. Hunter noch... Nee, 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 nee. Komm, nehmen wir noch einen Totalo mit, hä? Ja. Juggernaut. Sehr geil. So, dann würde ich sagen, dass unsere Truppe sehr gering 10 bis 12 würde mit einem Boost auf 7 bis 9 kommen. Das sind 6 Leute. Ich würde sagen, das machen wir so. Regalty World stehen in der Edwin-Anlage 115. Wenn wir jetzt noch einen reinnehmen, was würde da passieren? 96. Das habe ich mir schon gedacht. Also entweder ein Recruiting, der ganz, ganz weit unten steht. Nee, könnt ihr auch schon vergessen. Also, ich sage mal, die 6 Leute sind es. Gut ausgerüstet, Sense. Auch damit. Und raus mit ihm. Ja, passt. Wunderbar. 11% hätten wir. Wir haben noch einen Tag, 11 Stunden. Nee, ist jetzt. Warte, geht's? Energiespule abgeschirmt. Super. Okay. Das heißt, für uns wäre dann hier jetzt schon energiefrei. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich hier reingehen und könnten hier jetzt endlich ein Energierelais hinbauen. Warum bauen wir hier ein Energierelais hin? Ich kann es euch sagen. Auf einem, auf einer nicht, also auf einer abgeschirmten Energiespule kostet das Energierelais in sich kein Strom. Im Gegenteil, ihr habt es gerade gesehen. Wenn das Ding fertig ist, gönnt uns das. 11% Energie. Und wenn wir da noch noch eine Drohne reinsetzen von der Werkstatt, von so einem Werkstattingenieur, dann gönnt uns das Ding nochmal mehr Energie. Und das können wir aufrüsten. Das heißt, einmal dieses Energierelais hier hingebaut, ist wirklich für die nächsten Monate. Haben wir wirklich ausgesucht. Und das Geniale ist jetzt, wir können jetzt hier reingehen und können hier die ganzen anderen Drohnen reinsetzen. Das heißt, hier machen wir das jetzt frei. Das, was wir jetzt hier geschafft haben, machen wir genau hier. Sehr, sehr geiles Stuff. Sehr, sehr gut. Okay. Dann muss ich sagen. Heute haben wir sehr viel Geld ausgegeben. Heute haben wir echt sehr viele Vorräte ausgegeben. So, Guerriereinsatz. Neues Ziel. 6.10. Stil Edwin Militär. Gut, das ist meine Mission. Das ist meine Mission. Das ist die, die ihr so, ja, wie soll ich nur sagen, ihr feiert ja diese Missionen überhaupt, ne? Ist mir aber völlig klar. Ist mir wirklich klar, Weil diese Missionen eher, Fienchen nehmen wir mit, den lassen wir da, 101% gibt es da sogar. Weil bei den Missionen ist halt diese Kisten, ja, es macht schon Spaß, die Kisten zu holen, aber dann auf Dauer irgendwie, naja, Grenadier und den Combat Engineer. Schaut mal, also das ist der Offensive mit Mega-Kracher, Extra-Munition und das ist eher der negativen, wollte ich sagen, der Defensive. Hier hätten wir auch noch den Kaplan am Start, Schnitter, Shinobi, also das wäre unser Sniper in dem Sinne oder haben wir noch einen anderen Sniper am Start. Hier hätten wir noch den Hunter. Das ist dann ein richtiger Hunter oder der könnte auch austeilen, ne? Dann würde ich sagen, dass wir den Schnitter da und wir nehmen den Hunter mit. 100%. Wow, das wird echt knapp. Stehen Sie, Feindmaterial, Ausrüstungsmodifikator. So, gut. Ja, ich würde sagen, es ist soweit okay. Äh, die Leute sind bestens ausgerüstet, sechs Tage, neun Stunden und das Ding läuft sechs Tage, zehn. Eui, eui, das wird ein bisschen knapp, aber los jetzt, raus jetzt. Wir sind da, alles läuft nach Plan. Wisst ihr, das ganze Problem ist nicht das, dass so viele Missionen und Operationen wir angenommen haben? Wisst ihr, was das Problem ist? Die gute Frau. Das ist das Problem. Okay. Feindbereitschaft verstärkt, Einsatz läuft ab, mäßig 19 bis 21. Drückt die Daumen, wenn wir die Infiltration verstärken. Keine Angst, Informationen bekommen wir wieder. Infos verstärken, jawohl. Sind wir bei 13 bis 15, wie gesagt. Wir gehen rein. Ich mache einen Schnitt rein. Bis gleich. So, und dann, liebe Hobby-Generäle, ein herzliches Willkommen hier auf dem Schlachtfeld. Das sind unsere zwei Protagonisten, mit denen wir jetzt irgendwie versuchen müssen, in dieser Zeit, so schnell wie es geht, hier hinter zu kommen. Und zwar schaut mal, dahin in dem Gebäude, da hängt das Ding drin. Da ist das Teil. Was ich jetzt, was ich jetzt versuchen würde, ist entweder über diese, über diese Seitengasse hier rein zu gehen. Guckt mal, weil die Karte ist hier zu Ende. Und das Ding wäre hier. Das heißt, wenn, dann könnten wir probieren, uns hier hinter die Tür zu stellen, wenn hier keine, wenn hier keine Wache ist. Und uns da mal gucken und uns da mal einen Überblick zu verschaffen. Oder wir müssen es halt anders probieren. Ich sehe gerade, dass hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Das heißt, hier könnten wir raus und wir könnten probieren, hier uns hier hinten lang zu hangeln. Wisst ihr, was ich meine? Durch die Gasse durch. Schauen wir mal. Ganz wichtig, einen Hacker haben wir ja zum Glück dabei. Wie viele Punkte hast du am Start? 101. Das passt. Also, gucken wir mal. Der kann zumindest mal bis hierher gucken. Das ist gut. Okay, loslaufen. Oh, was gibt es denn hier? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Edwin geschützt am Start. Wir gehen durch das Gebäude durch. Ja, gehen wir. Einmal hier in den Deckel. Gebt halt nur 20 Runden. Oh, eine Krone ist auch noch am Start. Okay. Das ist ein Dreier-Trupp. Okay, vier. Vier kennen wir schon mal. Boah, das wird, das wird, das wird eine echt spannende Aktion. Das, das verspreche ich euch. Ich wollte es gerade sagen, die Drohne wird hier rausgehen und wird, ja, okay. So, dann machen wir auf das Brett. Moin. Okay, Zivilisten sind hier. Wir kommen hier nicht rein. Okay, damit hatte ich, damit hatte ich nicht gerechnet. Wir müssen dann hier rein. Okay, passt auf, dann machen wir es so. Gehen wir hier. Dreck auf. Moin. Hier. Okay. Passt. Jaja, die hat hier alle anvisiert. Du könntest eigentlich hier vorlaufen. Okay, dann machen wir mal den sogenannten Blue Move. Kennen wir ja schon, ne? Aus dem X-Combo-Universum und dann hier einmal hierher. Und ich denke mal, dass wir hier dann genau auf den Turm treffen. Hier vorne ist ein Geschütz. Ich denke mal, dass hier hinten auch ein Geschütz stehen. Oder wir lernen hier das erste Mal tatsächlich die Gesichtslosen kennen. Weil es stehen hier ganz, ganz viele Zivilisten rum. Das ist mir hier nix, ne? Also wenn hier so viele Zivilisten rumstehen, das sage ich euch gleich, macht es schon mal keinen Spaß. Okay, du musst am, ja, du musst am Turm vorbei. Okay, nur da vorne ist ein Geschütz. Ist okay. Problem ist, wenn jetzt hier hinten Zivilisten stehen, haben wir auch ein Problem. Oh. Lauf mal hinterher. Oh ja. Ich trinke auf euch. Ich würde dann mal sagen, mit unserer Rage muss man zwischendurch mal anhalten. Jetzt machen wir mal unseren berühmten X-Com-Trick. Müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo Zivilisten rumstehen. Nein, soweit wie es aussieht, nicht. Okay. Hostile Targets in sight. Ja, das war ja klar, was war das in Legion Commander? Habe ich das richtig gelesen? Da wollte ich mich veräppeln. Müssen wir gucken, dass wir denen so ein bisschen aus dem Weg gehen, weil hier ist das Ding. Kommen wir hier, wir können hier hochkommen. Boah, das wäre so geil, wenn wir uns hier herstellen, dann mal vielleicht mal hierher an den Baum, hier oben, Skyranger aktivieren. Die durften uns ja gar nicht sehen. Und dann einfach sneaky entkommen. Haha. Das wäre, das wäre sensationell. Okay, wir stellen uns Objekt. Was? Achso, ja, die sieht das schon. Ja, alles klar. Die sieht das tatsächlich schon. On the move. Ja, ja, beeil dich mal. Legion Hardliner. Habt ihr das gesehen? Das ist ein sogenannter Legion Hardliner. Ist okay. Man, Iron Warrior. Ist auch okay. Also, sind sehr viele hier am Start. Schauen wir es uns mal an. Wir sehen es leider nicht, das Teil. Hier sehen wir es. Hier wird was sehen. Hier würden wir es sehen. Hier nicht. Wir sehen wir es. Hier können wir es. Hier könnten wir es zur Not auslösen. Auf der Seite hier. Dann müssten wir in der Runde. Hier sehen wir es auch. Wir haben wir hier hinten geschützt. Hier sehen wir es auch. Guckt mal. Hier wird was sehen. Laufen wir zurück. Ich meine, hier werden wir relativ gut geschützt, ne? Ja, tatsächlich. Wir sehen das Ding. Wir müssen da nicht ran. Wir müssen es einfach nur hacken. Das heißt, das heißt für uns machen wir jetzt folgendes. Jetzt machen wir nächste Runde machen wir Risiko. Wenn wir jetzt den Skyranger rufen, der trifft in vier Runden ein. Seid ihr verrückt? Wir müssen dann vier Runden überleben. Vier Runden. Das ist affirmativ. Okay. Ich hoffe mal, dass sie uns dann einfach nicht sehen. Und dann bleiben wir hier. Wir gehen hier in Deckung. Eira, das wird eine Geschichte. Boah. Das wird eine Geschichte. Das gar nicht. Die müssen halt nur weg. Die gehen nicht weg. Das war klar. Aber die sind außer Sichtweite. Die sind tatsächlich außer Sichtweite. Könntest du, du könntest hier rumlaufen. Das wäre kein Thema. Wie weit kannst du laufen? Du könntest sogar hier hinter. Nächster Move. Das heißt, die müssten eh wenn, dann hier raus. Das heißt für uns, wir verziehen uns so weit wie es geht, wenn überhaupt hier hinter. Oder wir versuchen uns ins Haus zu schlagen. Das wäre auch kein Problem. Probieren wir das alles. Okay, passt auf. Das nächste Problem ist, wohin mit dem Skyranger? Wir müssten einmal laufen hier. Zum Beispiel hierher. Dann müssten wir den Skyranger rufen. Ja, okay. Das geht, ja, das geht ein ganzes Stück. Das heißt, hier am Haus sollte dann der Skyranger EI treffen. Wir probieren das. Wir probieren genau das. Okay. Die sind alle außer Sichtweite. Das heißt für uns. Wir werden das Teil jetzt trägen. Los geht's. Lange eine forschliche PKS oder bringen einen kleinen und Vorrat? Ja, dann machen wir das da. Gar nicht. Gar nicht von allen. Sehr geil. Okay, das Netzwerk eingetrunken sind wir. Jetzt sind wir aufgedeckt. Ihr wisst Bescheid. Wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Überhaupt nicht. Wir machen überhaupt nicht genau das, sondern wir machen jetzt folgendes. Wir laufen jetzt hier runter. Hier ich komme. Wir werden jetzt hoffentlich, hier werden wir entdeckt. Ne, ihr seht's. Wir werden jetzt hier, hier versuchen wir jetzt den Skyranger hierher zu rufen. Hier unten hätten wir. Passt. So, und dann müssen wir, wir laufen dann hier seitlich hier runter. Und mit dir machen wir genau dasselbe. Wir könnten sogar noch versuchen den Turm zu hacken. Das wäre geil. Machen wir in der letzten Runde. So, jetzt drückt die Daumen, dass hier niemand uns sieht. Ne, die sehen uns nicht. Die sind zu weit weg. Die sind tatsächlich zu weit weg. So, was hättest du für Hack-Skills? 100% für den Blitz, 68% für den Ehen-Legierungsvorrat. Alles klar. Also, wo stehen die Leute, die stehen hier oben. Dann würde ich doch mal vorschlagen, gehen wir hier eine, hier eine Deckung. Oder wir, wenn das geschützt hast, Moment. Okay, Blitz, das hätten wir 70 und das wäre, ja, komm, die nehmen wir. Wenn es 100% wären, würde ich es gerne mitnehmen. 100%. Soldat kann die Fähigkeit Sturm und Schuss einmal kostenlos einsetzen. Geil. Hack-Monk. Sehr geil. Gib mal ein paar Punkte und top. Ich glaube, das gibt nochmal drei Punkte und top. Okay, der Tom ist ausgeschalten. So, und wir müssen hier dann einfach warten. Wir müssen hier tatsächlich einfach warten. Ähm, wir dürfen aber nicht so weit außen rumlaufen, dass wir hier wir dürfen nicht so weit außen rumlaufen, dass wir hier außerhalb der Reichweite unseres Sky Rangers kommen. So, drück die da. Drück die da. Die laufen weg. Geil. Ja, ja, immer lauft weg. Ich sag mal, maximal, was uns jetzt passieren könnte, wäre die Drohne. Die Drohne könnte uns jetzt hier noch gefährlich werden, ne? Ich sag mal, mit der Kanone da vorne, wenn wir die jetzt noch hacken könnten. Ah, da Geschützkontrolle, 100%. Dann gehen wir da rein. Wir wollen nimm. Das war ein Hunderter. Das war ein Hunderter. So, Okay, wir sind gehackt. Das ist aber kein Problem. Es gibt noch eine Runde. Das heißt, eine Runde Spaß mit der Drohne. Äh, eine Runde Spaß mit dem Geschütz. So. Die sind jetzt alle auf das Geschütz scharf. Und wir werden jetzt hier auch in den Feuerschutz rein gehen. Alles klar, haben wir noch ein Hunderter. Werner Treffer. Die Drohne werden dann damit auch ausgelöst, nehme ich an. Denkt dran, bitte, die sehen uns noch nicht. Denkt bitte dran, die haben uns noch nicht gesichtet. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob wir es ist noch eine Runde. Es ist tatsächlich noch eine Runde. Sehen wir hier noch? Oh, hier wird man dann alles sehen. Hier werden wir außer Sichtweite. Und die gehen sowieso alle auf dieses Geschütz drauf. Wie weit kannst du mit deiner Psy-Bombe du könntest ein Stück ich bin gespannt, ob das geht. Schade, so so knapp, aber die Drohne könnten wir mit reinnehmen. Verbündet und Zielreicher, das ist mir egal. Die gehen eh auf die Drohne drauf. Äh, die gehen eh aufs Geschütz drauf. So, wir müssen einmal nachladen und dann könnten wir ja, ich würde sagen auf die Drohne Feuer. Schade, super. Das Ding hat auch noch zwei Rüstungen, gell? Jaja, nur zweimal geschreift, alles cool. Das ging tatsächlich daneben. Der Scharfschütze hat mir gut, das ist relativ geringe Entfernung. Feuerschutz. Und was macht die Drohne? Mit Deinem Spaßgeschütze. Das ist echt geil. Okay. Jupp. Oh, drei Drohnen sind hier auf der Karte. Schaut euch mal das bitte an. Drei Stück. Wir haben es geschafft. alles klar, das war, das ist jetzt außerhalb des Sichtbereichs, ne? Okay, wir sind drin. Du musst auch hier rein, denk dran. Evakuieren, evakuieren alle Kriegskonsultaten, meine Lieben, alles evakuieren, hoch damit und raus mit ihnen. Wir haben das geschafft, wir haben das geschafft, ich glaube das gar nicht. zurück. Die Sneaky Mission war erfolgreich, sehr, sehr geil, Bonus-Reward, schaut es euch bitte mal an, wir kriegen noch 63, Wahnsinn, noch 63 Informationen dazu und noch drei Bonus-Ability-Points. Absoluter Wahnsinn, was für eine geile Sneaky Mission, sehr, sehr geil. 3 bis 15 nur getötet, absolut egal, die Retter der Menschheit. Ich hoffe inständig, dass unsere Propaganda nicht mit meinen Forschungsgeldern finanziert wird. Sehr, sehr geil. Wahnsinn. Laut Advent-Vertretern konnten die jüngsten Rebellenangriffe außerhalb der Stadtzentren Adventsfortschritte bei laufenden Entwicklungs- und Sozialprojekten nicht aufhalten. Nein. Die Zahl und wir haben es geschafft. Gute Arbeit, Commander. Ihre Leistungen im Einsatz motivieren das gesamte Team. Ich weiß, unser Dragoon ist jetzt wirklich richtig kaputt. Das ist egal. Die zwei sind wirklich die Helden des Tages. Ich würde sagen, wir gehen weiter. In der nächsten Runde schauen wir uns da ihre Beförderung an. Dann gehen wir rein und hier, jetzt hat unsere Naya negative Eigenstand, Angst vor Fehlschüssen. Ich weiß nicht, warum die jetzt Angst vor Fehlschüssen hat, aber immerhin, es war eine durchaus supergeile, erfolgreiche Operation. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder dabei seid. Sehr, sehr geile Operation. Diesmal sneaky. Man sieht, auch ohne Gewalt kann man diese Missionen zu einem erfolgreichen Ende bringen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.